Die ersten Bilder zeigen die Wurfarmpresse, die ich mir gebaut habe, um das PVC-Roy in Form zu bringen. Man kann die Wurfarm aber natürlich auch problemlos mit der klassischen Methode, mit einem Brett, mit den Abstandhaltern, flach drücken und die Recurves dann über den Topf oder so biegen. Ein Video, wie das gemacht wird, habe ich in der Beschreibung unten verlinkt. Für diesen Bogen habe ich PVC-Roy der Druckstufe PN25 mit 32 mm Durchmesser und 3,6 mm Wandstärke verwendet. Jetzt möchte ich mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie ich die Tipps forme. Ich zeichne mir einfach die Spitzen ungefähr an und säge sie ganz grob zu. Ich verwende dafür eine Stichsäge und da ist es wichtig, dass man ein Metallsägeblatt verwendet und kein Holzsägeblatt, weil das Holzsägeblatt zerfetzt das Rohr so richtig. Da sind die Zacken einfach zu grob. Das Problem ist, wenn man das jetzt da so zuschneidet, verliert das Rohr natürlich dadurch, dass die Wand weggeschnitten wird, den Halt. Man hat also nur noch zwei flappende Teile übrig. Um die muss man sich kümmern. Und zwar mache ich das so. Ich nehme Heißkleber, mache das Rohr wieder heiß, also vor allen Dingen die Oberseite davon, die Bauchseite des Bogens. Mache ich heiß und biege sie auseinander und schmiere das Ganze drinnen voll mit dem Heißkleber und presse es danach wieder zusammen. Wie man sieht, ich verwende Küchenrolle. Das ist wichtig, weil es kommt extrem viel Kleber wieder raus und den hätte man sonst auf einem Handtuch oder auf seinen Topflappen kleben. Darum hier wichtig, Küchenrolle verwenden. Danach feilt man, also raspelt man und feilt man und schleift man das Ding in Form und ist eigentlich fertig, bis auf die Sehnenkerben. Die werden im 45 Grad Winkel eingefylt und dann noch feiner mit Schleifpapier in Form gebracht. Da drin liegt dann die Sehne auf. Damit werden die Wurfarme, also der PVC-Teil des Bogens, eigentlich mal fertig und man kann sich um das Holzmittelteil kümmern. Für das Holzmittelteil habe ich mir im Baumarkt tropisches Hartholz besorgt. Das ist eine 2 Meter Latte, die für die Unterkonstruktion für Terrassenbau verwendet wird. Das sind 4 x 6 cm sind die Ausmaße. Davon schneide ich mir ca. 40 cm ab und markiere mal die Mitte. Ich markiere dann jeweils vom Rand weg 8 cm, wo dann später die Wurfarme aufliegen sollen. Dann male ich mir auch schon mal grob an, was ich so raussägen kann. Also dort, wo die Wurfarme aufliegen, soll es etwas flacher sein. Deswegen nehme ich links und rechts eben diese Dreiecke weg. Und in der Mitte, was man da sieht, das wird dann mal das Bogenfenster. Auf der hochgedrehten Seite male ich mir ungefähr den Griff an, aber eben wirklich alles nur ungefähr. Später wird sich dann eh zeigen, welche Form sich ergibt beim Raspeln und so weiter. Damit das Ganze nicht wie ein Pflock ausschaut, sondern halt halbwegs eine Form hat, habe ich noch so Rundungen reingeschnitten. Die sind aber, haben nur optische Vorteile oder optische Gründe. Da sieht man schon, da ist das Meister schon rausgesägt. So wie man das Mittelstück hier sieht, könnte man es eigentlich schon verwenden. Nur wäre es halt wahrscheinlich recht unangenehm zum Angreifen, aber es würde schon funktionieren. Drum wird jetzt geraspelt. Also man raspelt das Ganze rund, den Griff rund, damit er besser in der Hand liegt. Und ist eigentlich fertig. Um die Verbindung zwischen Mittelteil und Wurfarmen ein bisschen stabiler zu machen, habe ich mir zwei dünne Holzblätter zurechtgesägt, die ich dann in die Wurfarme unten reinstecke. Dazu mache ich die Wurfarme bis zu dieser kleinen Markierung heiß und stecke diese Holzstückchen einfach rein. Das geht ganz leicht und dadurch werden die Wurfarme auf dieser Auflagefläche gerader und das Ganze wird stabiler. Dann wird einfach durchgebohrt und mit Schrauben befestigt. Ich habe mich hierfür einmal 8mm Schrauben, das sind die großen, für den festen Halt. Und dann nochmal an den Enden 6mm Schrauben für die Ausrichtung, damit sie nicht wackeln können, entschieden. Und natürlich großzügig Beileckscheiben verwendet, damit der Druck besser verteilt wird. Dann kann man den Bogen eigentlich auch schon mal aufspannen und sieht, ob der Tiller halbwegs passt, also ob sich die Wurfarme gleichmäßig biegen. Ist das nicht der Fall, kann man noch nachbiegen. Also man kann das noch nachjustieren, indem man zum Beispiel einen Wurfarm, der sich nicht stark genug biegt, im aufgepannten Zustand ein bisschen erhitzt, dann biegt er sich noch nach, damit das Ganze regelmäßig wird. Nachdem ich das Mittelstück mit Schleifpapier ausgiebig geschliffen und geklettert habe, habe ich es braun lasiert und im Anschluss darauf auch noch mit Klarlack eingelassen, um es zu schützen und damit es besser ausschaut. Und die Wurfarme habe ich grundiert und einfach mit einem schwarzen, matten Spray besprüht. So schaut das gute Stück dann im fertigen Endzustand aus. Es ist 57, der Bogen ist insgesamt 57 Zoll lang geworden und Zugstärke sind 42 Pfund. Und ganz ordentlich eigentlich, denn mein stärkster gekaufter Bogen ist nur 40 Pfund stark. Also da muss ich schon ordentlich aufwärmen, bevor ich ihn schieße. Die Pfeilauflage ist ein bisschen zu klein geworden, weil ich nicht mehr genug Lederrest über hatte. Aber funktioniert auch ganz gut. Hier noch ein kleines Video, wo man den Bogen in Ächsen sieht. Wenn ich ein bisschen unkonzentriert wirke, dann liegt das an den 42.000 Gelsen, die auch unbedingt auf dem Video drauf sein wollten. Und dann wird das an den Bogen in Ächsen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.